So, da sind wir wieder. Superdivo World Welt 5 haben wir heute auf dem Wow. Programmchen, okay, dann gucken wir jetzt erstmal, was das hier ist. Sieht interessant aus und scheint extrem zu laggen. So, wie kommen wir jetzt weiter? Das ist, äh, ja. Ach du Scheiße. Gut. Und, Low State. Okay, ähm, das sah sehr merkwürdig aus. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was das sollte. Machen wir jetzt erstmal weiter und holen uns mal die, wir holen uns mal die Blume nicht. Das erinnert mich extrem an das Dingenskirchen-Level. Ähm, ich komm nicht drauf. Star World mit den, äh, P-Ballons. Da gab's ja auch so was. Boah, Alter, und das laggt. Schaut euch diese lags an, ne? Ist ja schlimm. Boah, das hört gar nicht mehr auf. So, gehen wir mal hier hoch. Ja, mhm, 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 mhm. Die Frage ist, wie lange hält diese Wolke? Boah, Alter, das laggt. Guckt euch das an, ey. Guckt dich das an. Guckt dich das an, ey. Chinas. Guckt. Dun, 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 dun. Och, ist das schön. Jo. Oh Gott. Ja. Alles klar. Und ich glaube, jetzt habe ich es verkackt. Ja, okay. Ich habe, ich habe ja noch, ähm, ich habe es verkackt, würde ich noch nicht sagen. Weil ich habe ja noch die Wolke. Aber es leckt mal wieder wie Hacke und... Och, schön. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ähm, meine Gohüte, ey. Das ist ja schrecklich. Und ich wüsste, was mich erwartet, würde ich vorspulen. Ey, nein, ist egal, wir sind... Ach, scheiße. Schwindes Level. Ja. Ach, du Kacke, ey. Was, ey, Schumann. Ey, warte, eine Schumannis. Warte, euch. Ja. Okay, wir hatten sogar... Oh, guck mal, wir hatten hier sogar schon mal einen Shikrit. Den gucken wir uns gleich nochmal an. Ähm, wir werden erstmal weitergehen. So. Oh, ey. Ja, Mario. Komm, uch her, du. Du, du, du. So, danke. So. Ach, cooking. Ne. Ah, das heißt gleich wieder das Secret Exit suchen und den werden wir sowieso wieder nicht finden. Ich kenne mich doch. Ähm, wir werden aber erstmal die nächste Stage versuchen. Und wenn wir hier ein Secret Exit finden Ist das wahrscheinlich eine Abkürzung zum Schloss Könnte ich mir vorstellen Na guck mal Wir gehen einfach mal zurück Das ist natürlich auch kreativ Tja Ähm Hui Gucken wir wo wir landen Haha Da landen wir Okay Load State Gut Die Frage ist Das wird im Leben nicht reichen Okay Gut da brauchen wir definitiv einen T-Switch Andere Möglichkeit sehe ich da gerade nicht Ohne P-Switch Alter Falter alter leck mich doch am Arsch ey Das ist ja schon ne Ähm Ein hartes Stück Meine hübschen So wir spulen ja mal so ein bisschen Das geht nämlich alles ein bisschen zügiger Mhm Nicht wenn ich das so dumm mache Okay wir machen das Wir machen das ganze Zeit Wir machen das ohne Spulen Gut mit Save Also dann suchen wir mal Ich glaube das ist immer nur am einfachsten Auch wenn diese Lacks mich übelst nerven Naja mal gucken wie das läuft Ich bin mal gespannt Alter Boah Das dauert Das ist so schlimm Das ist sowas von schlimm Das tut schon fast weh Ja geht doch Bleiben einfach mal hier unten Dann gucken wir mal Ja Yoshi komm Mensch Jetzt ist aber hier mal gut und so Na Gott Na komm Ja super So Gucken wir mal was wir hier oben haben Sicherheit Nichts Nichts Okay Hüb 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 So dann machen wir jetzt hier mal einen Save State Dann gucken wir mal Wir waren glaube ich letztens unten Jetzt gehen wir mal oben lang Ja Yoshi jetzt Du musst auch gerade ausgehen Du blöd Mann Dün 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 Alter Die legs Die legs Kann es denn noch langsamer gehen Herrgott im Himmel Ey Nein Nerf nicht Biestig Können wir da oben rüber Können wir In der Tat Bringt nur nix Okay, ähm Lot steht Gucken wir mal nach unten Zum Beispiel hier Okay Ähm, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Äh, ja So, wie machen wir das? Irgendwie müssen wir da jetzt reinkommen, ne? Frage ist, wie? Eigentlich mit einem Panzer Ähm Okay Ähm Beenden wir den Lippel mal? Also, wir müssen auf jeden Fall mit einem Panzer da hinkommen, das ist Fakt Die Frage ist, wo ist er? Wir müssen brauchen, irgendwo brauchen wir einen Panzer Ach, nerv nicht Halt die Klappe Blöd Mann Oh ey Du machst mich Wahnsinnig Ich glaube, ich weiß auch, wo wir den Panzer herkriegen Ich kenne nämlich einen Koopa nur Und ich glaube, den brauchen wir Und das ist dann auch Ohne Yoshi Genau so So, ist auch egal Wupp So Ähm Gucken wir mal Ob wir den jetzt ohne Kriegen Ne So machen wir das nicht Also Alter Ähm Das ist doch scheiß Alter Leck mich doch am Arsch Ey Ich bin doch doof Ich bin doch so doof Bbbb Safe State Keep him Safe State leckt mich am Arsch Ohne Witz Ich will ein bisschen spulen Weil durch diese ganzen Lecks Dauert das Level Gefühlt 3 Millionen Jahre Ey Ach du Ja Blablabla Blablabla Runter Hier lang Oh So Meine Güte Ohne Witz Das ist Eigentlich Nervig Ist einfach nur nervig Irgendwo haben wir gleich den Koopa Alter Haha Bitte Ist das so schwer Schön Was hat mich getroffen Das nichts Das kann doch wohl nicht wahr sein Leute ey Bitte Safe State Das ist echt die Frage Was trifft einen da Echt ey Das ist doch So Jetzt aber jetzt mal in aller Ruhe Hier Komm Kriegen wir das wohl hin Kann auch wohl nicht so schwer sein Wir müssen definitiv groß sein Und da ist der Panzer So Safe State Äh Wie machen wir das am besten So So Und jetzt Äh Safe State Und jetzt Mit gut Glück Und dann durch Gucken wir mal So Scheiße Okay Okay Ähm So Safe State Weiter geht's Scheiße Scheiße Es ist uncool So Safe State Jetzt müssen wir doch langsam haben Oder Ach Ruhe Ach scheiße Dann solltest du ihn nach vorne kicken So Ist egal Ist egal Wir haben noch eine Feder Das ist mir jetzt echt zu affig Komm her Gib Gas Herrgott Mario Warum leckt es so Warum leckt es so Oh Leckt mich eine Furt Alter Pilzhaus Ja Hab ich mir nur schon gedacht Randatatam Ratatam 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 Okay Okay das gibt ein Panzer Ich wüsste eventuell noch wie wir eventuell zu dem geheimgang kommen können Ach zu dem geheimgang sag ich sonst schon zu dem secret exit Safe State Das Problem ist ich wüsste wenn nicht dann wüsste ich nicht wo der gelbe Schalterpalast ist So das sieht gut aus und jetzt gleich Herrgott Mario muss auch springen Ich wollte eigentlich von Yoshi abspringen und dann irgendwie hoffen dass man dass das dann irgendwie reicht aber ich glaube Na fast Aber genauso meine ich das Ich meine ich glaube ihr versteht was ich meine Hui Ja genau das meinte ich Perfekt So wollte ich es haben Setz Point Sehr gut Ja Okay Gut dann würde ich sagen für diesen Part war es das Eben im nächsten Part geht es dann weiter mit SuperDemoWorld Vielen Dank fürs Zuschauen Mach es gut Schau doch rein Ciao Ciao